Also ich bin der Arzt Tachari, ich bin Stürmer bei SV Sandhausen, ich bin schon 15 Jahre alt und meine persönlichen Ziele sind, dass ich weit komme mit dem Fußball, dass ich was gereiche und für das Team wünsche ich mir, dass wir weiterhin so stark bleiben und alle Spiele gewinnen.